Moin, Bartas hier. Hier geht es um die Tiere zur Schlachterei zu bringen und da muss man normalerweise die Castor Foods Inc. Trucks verbrauchen, aber was ich auch probiert habe in und umzupacken, alles neu auf dem Chip einpassen und nichts funktioniert. Deswegen habe ich mir die AR Trucks und Trailers, auch die Truck, die haben wir gekauft und das sind noch ein paar Trailers und hier haben wir die Tiere. Transport. Das sind vier Kühe, zehn Schafen oder acht Schweine. Da haben wir auch zwei von gekauft und hier steht die RKW mit einem Tiertransporter. die Castor Foods, die funktioniert, das ich auch gemacht habe, die Funktion. Und kein einziger anderer funktioniert auch, aber dieser Laden, der hat zehn auf. Dann habe ich auch noch einen Trailer stehen, und da steht da beim Ankauf von Tieren, wo man die Tiere ankauft. Die geht auch. Nehmen wir nochmal eine Schafe, zehn Stück. Ja, das ist nicht alles in Deutsch, das ist alles in Holländisch, wo das steht, weil ich bin ja Holländer. Deswegen steht alles auch in Holländisch. Das ist eine sehr schöne Karte, aber ich war beinahe so weit, um alles zu verkaufen und auf eine neue Karte anzustellen, weil die Schlachterei, die hat nicht funktioniert. Und wenn ich auf eine Karte spiele, muss alles funktionieren. Und deswegen habe ich gesagt, ich stoppe damit. Ich habe schon ein paar Stücke Land verkauft und ich hatte vier, fünf Drescher und die habe auch halb verkauft. Ich habe nur noch zwei. Das ist schade. Und jetzt funktioniert es. Nur mit dieser dann. Nicht so viele Tiere auf einmal, aber... Deswegen mache ich auch jetzt eine auf Deutsch. Nur ein Ding. Ein Ding. Du musst ein bisschen hochfahren. Die Räder da rauf stehen. Und dann entladen. Dann geht die Klappe auf. Die zweite geht runter. Und alles ist raus. Jetzt mal umschalten. Jetzt noch ein bisschen hochfahren. Und dann die weniger abkupften. schemnun abre centered. Jetzt hab ich die Klappe unter Augen während das erste Mal gemacht. Jetzt gehe ich noch mal reinfahren. Jetzt immer noch mal wieder aufdrufen. Und dann geh die Klappe wieder auf. und dann einfach wieder auf ... Alles alles geht auf. Jetzt müssen wir also ... Ça ... Zoom mucho Geld noch bei ... jetzt funktioniert es wieder jetzt kann ich alles was auf die Karte steht angucken mal schauen wieviel die Tiere hier vorstehen ich hatte schon ein paar hin gebracht 23 oder waren noch 3 und jetzt funktioniert alles sehr schön so die AR-Trad muss nun haben kann man runterladen auf dem Mod Hub da ist er er steht vermittelt wie Komplett AR die Komplett Edition Komplett AR Edition so na hoffe das ein bisschen gefällt und kann man auch ausprobieren jetzt jetzt kann man dann 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 da ist da ist da ist tschüss tschüss das 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 das